Sie hören Vorsicht vor Leuten von Ralf Hussmann, gelesen von Christoph Maria Herbst. Solange ein Mann sich noch eine Bratwurst macht, hat er nicht aufgegeben. Lorenz Bramkamp öffnet mit der breiten Seite seines Küchenmessers eine Flasche Bier und dreht die Wurst auf dem Teller so, dass die Enden nach oben zeigen, wenigstens das Essen lächelt. Als Katrin noch da war, hat Lorenz sich erfolgreich ein Seeteufel-Saltimbocca gewagt oder ein Entenbrust mit Mango-Chutney. Als verlassener Mann um die 40 ist er nun wieder bei Hausmannskost. Für einen alleine lohnt sich kein Aufwand. Das gilt kulinarisch, sexuell, vielleicht sogar generell. Für einen alleine lohnt sich kein Aufwand. Sicher auch der Grund, warum Gott Eva erschuf. Nach dem Essen öffnet Lorenz noch eine Flasche Bier. Und greift zu Papier und Kugelschreiber. Wie der Fisch am Angelköder, wie am Kanzleramt der Schröder, wie der Selbstmörder am Strick, häng ich an dir, du dummes Stück. Mit Gedichten hat der Katrin damals rumgekriegt, um nochmal auf Gott zu kommen. Er schenkt ja nicht mit beiden Händen aus. Ein Mann ist entweder attraktiv oder lustig oder reich oder intelligent oder wenigstens stark. Lorenz Bramkamp sah sich am ehesten bei lustig und fühlte sich bestätigt, als Katrin etliche Vierzahler später mit ihm ausging. Das sich reimt, ist gut, wusste schon Pumuckel. Jetzt bin ich so wie deine Jeans. Ich häng an dir und bin recht blau. Auch wenn du's gar nicht mehr verdienst, bin ich dein Mann, du meine Frau. Irgendwie verrutscht ihm die Romantik neuerdings ins Beleidigende, mitunter sogar ins Drohende. Drohgedichte. Ein ganz neues Genre. Dabei vermischt er Katrin wirklich, gerade jetzt, nach Bier und Bratwurst. Mit Katrin war sein Leben Seeteufel-Saltin-Bocka mit Wein. Ohne sie ist es Bratwurst mit Bier. Lorenz muss aufpassen, dass es nicht slim fast mit Wodka wird, die simpelste Methode gleichzeitig satt und blau zu werden. Die Wohnung ist merkwürdig still. Eine ungute Stille, wie nach einem Witz über den Islam. Ihm fehlt, dass Katrin sinnlos durchs Fernsehprogramm seppt, was ihn immer aufgeregt hat, als sie noch da war. Fernsehen ist eines der Worte, das ohne Katrin eine andere Bedeutung hat, genau wie Entenbrust, Dänemark, Elton John oder Liebe. Er macht noch eine Flasche auf. Lorenz Bramkamp wird sich nicht hängen lassen. Er wird stattdessen eine Liste machen, einen Plan. Wenn er eines gelernt hat als Sachbearbeiter im Referat Planung und Bauaufsicht der Stadt Osthofen, dann Listen und Pläne zu machen. Er hat drei Biere intus, aber er ist oft am nüchternsten, wenn er leicht betrunken ist. Er schreibt. Ziel Kassrin Plan Erstens Abnehmen Seit Katrin weg ist, geht Lorenz aus den Fugen. Er wächst täglich ein kleines Stück, wie eine Millionenstadt in der dritten Welt. Außerdem spürte er in letzter Zeit ein Stechen, mal in der Brust, mal in der Magengegend. Seine Organe machen offenbar eine Art Warnstreik. Kein Wunder. Seit 40 Jahren in derselben Firma werden sie zunehmend schlecht behandelt. Das wollen sie sich nicht länger gefallen lassen. Zweitens Job sicher Eine Behörde ist keine artgerechte Haltung für Lorenz Bramkamp, findet er noch immer. Während Katrin ein Stockwerk über ihm, im Referat Haushalt und Finanzen, eine kleine Karriere hinlegt, steht Lorenz seit Jahren auf der Abschussliste seines Chefs. Mangelnder Ehrgeiz, zu viele Fehltage, zu viele Ausreden. Er hat insgesamt fünfmal Sonderurlaub für Beedigungen von Großmüttern genommen. Lorenz erklärte die fünf Omas damit, dass er ein Findelkind sei, das später seine wirklichen Eltern plus Großeltern ausfindig gemacht habe. Außerdem hat er in den letzten Jahren mehr Krankheiten erfunden als die Pharmaindustrie. Erhöhter Knochendruck, Bandscheibendehnung, lumbale Zerrung im Außenohr, alles totaler Quatsch. Aber eine Lüge zieht die nächste nach sich, unvermeidbar, wie Blähungen nach Hülsenfrüchten. Drittens Ehrlich werden Lorenz hat ein Talent Zummelde Zummelde Und